So, Wichtelpaket von Thomas. Vielen Dank. Ich bin jetzt spannend, ganz doof, und hab keine Ahnung, was hier los ist. Oha, eine Karte. Sehr schön. Serious Dadaism. Geil. Okay. Lieber Hans, ich wünsche mir viel Spaß mit dem Pedal im Vorwand. Danke. Okay. Paco Rio, Paco Rio. Oh, Schokolade. Geil. Wir hatten geschrieben, Thomas lebt auch vegan. Das passt supergeil, weil ich auch. Vielen Dank. Oh, ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Aber erst mal das Getränk. Das werde ich mir heute reinschrauben. Geil, geil, geil. Vielen Dank. Ich habe keine Ahnung. Wow, das sieht ja geil aus. Das sieht super aus. Okay. Irgendwann, das heißt der Drive wahrscheinlich. Oh, es ist ein Pedalboard-Pedal. Von Ben von Ground of X. Ich bin mega gespannt. Schaut nach einem Booster aus. Wow, ich freue mich sehr. Ich bin total überrascht. Ich finde es sehr, sehr geil. Ähm... Goodly... Goldy... Gottly... Okay. Supergeil. Geil, geil. Vielen Dank, lieber Thomas. Oh, ich bin sehr gespannt. Ich gucke jetzt vorsichtig noch mal nach, nicht dass ich irgendwas vergesse oder wegwerfe. Vielen, vielen, vielen Dank. Yeah!